Mein Name ist Katharina Steinrug, ich bin professionelle Marathonläuferin und ich lebe und laufe in Frankfurt. Heute nehme ich euch mit auf eine meiner Lieblingsstrecken. Es ist quasi meine Hausstrecke und die beginnt natürlich im Frankfurter Süden, wo ich auch zu Hause bin. Das ist hier die Schwanheimer Wiesen rund um den Flughafen, nördlich von Neu-Issenburg, südlich des Mainz und hier bin ich einfach am liebsten unterwegs. Ich kann hier auf dem Feld oder im Wald laufen, Asphalt oder auch Waldwege und kann meine Strecken zwischen 10 bis 35 Kilometern quer einteilen, wo ich auch hier laufen möchte, ohne eine Strecke zweimal laufen zu müssen.